Musik Wir bauen heute den Laden am Nachmittag und am Abend um, damit die Gäste in eine glamouröse Welt der Filmstars eintauchen können. Musik Mein Lieblingsshop ist der Globus St. Bellevue. Hier gehe ich jede Woche, wenn ich hier in der Schweiz bin, weil ich dort in der Delikatessenabteilung und vor allem in der Weih- und Spirituosenabteilung Beratung überkomme, die ich sonst niemand anderes bekomme. Darum bin ich sehr gerne heute Abend hier. Musik Geschätzte Kundschaft, wir schliessen heute unser Geschäft ausnahmsweise schon um 18 Uhr. Musik Der Zürich Filmfestival hat angefangen. Die Leute stehen im Globus, sind hungrig und freuen sich auf eine schöne Party. Und ich auch. Musik Es ist ein Honneur für Globus, diese Zeit zu organisieren. Musik Stars, wenn sie auf Zürich kommen, ist Globus ein Anziehungspunkt rein vom Standort her und hat sehr, sehr gutes Image daran gewonnen. Musik Musik Globus, das ist eine sehr genannte Stadt im ganzen Land. Es ist ein Ort, 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 es ist ein Ort. Musik 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 Schön, Hütten voll, wie im Bederhof, so soll es sein, oder? Der Globus ist das kulinarische Tag des Zürichs. Um den Ballet mit dem Globus zu vergleichen, wenn man wirklich etwas sagen kann, ist die Qualität. Das Niveau, das wir uns heute Abend bewegen, ist absolut top. Globus-like. Die Gäste fühlen sich sehr wohl, so wie wir uns auch wohlfühlen in diesem Haus. Das geht mit und das bleibt bei den Kunden im Herzen. Also ich habe natürlich schon die schrillsten Partys erlebt. Globus ist für mich das Lebensmittelgeschäft, das wirklich grosse Vielfalt zeigt und das wahnsinnig gute Qualität hat und wahnsinnig gutes Personal.